Wir treffen auf zwei Felixe von Schwäch und Pefel und spielen mit ihnen Schnelli-Schnelli. Ihr habt 20 Sekunden Zeit für folgende Aufgabe. Wo kann man überall Masken tragen? Felix fängt an. Schnelli-Schnelli! Zuhause. Wahlsaal. Kiez. Banküberfall. Bei Mutti. Bei Fadi. Bei der Schwester. Beim Bankbesuch. Familienessen. Noch Zeit. Och. Och, beim Fotoshooting. Fotoshooting ist noch drin. Und wisst ihr, wo man noch Masken tragen kann? Ich komme jetzt nicht auf der Bühne. Bei Talk. Dort bin es auf der Bühne.